Es waren zunächst eben in den 70er und in den 80er Jahren die beiden Positionen, die sich zum Teil auch politisch oder auch gesellschaftspolitisch sehr hart gegenüberstanden, Frau nur als Frau und Mutter oder Frau nur als Berufstätige. Und man versuchte jetzt eben das zusammenzubringen durch Partnerschaft und Wahlfreiheit und andere auch Leitbilder. Und es blieb eigentlich offen, so ein bisschen, welche Möglichkeiten hat denn die Frau in der Politik, also in Parteien? Oder heute geht man so weit und fragt, wo sind die Frauen in Führungspositionen der Unternehmen? Das kann man ja mit Wahlfreiheit und Partnerschaft nicht so erreichen. Dann kam also dann der Gedanke an die Quote auf. Und alle Parteien haben ja heute eine Quote. Jedenfalls hat die CDU so eine 30-Prozent-Quote für Frauen. Ich gebe ehrlich zu, ich bin ein bisschen zurückhaltend gewesen. Ich zählte nicht zu denen, die die Fahne der Quote als erste hochgeschwungen haben, weil eine solche Quote, die man festlegt, natürlich auch Gefahren in sich birgt. Sie müssen nämlich dann auch 30 Prozent Frauen auf der Matte stehen haben, die für Gremien in der Partei zum Beispiel geeignet sind und auch dafür kandidieren. Und es ist ja immer noch so, dass nicht alle Frauen für alles kandidieren wollen. Es gibt auch heute noch viele, auch gerade wieder junge Frauen, die sagen, also ich habe genug, wenn ich Partner habe, ein Kind habe und Beruf habe. Und solange wir nicht eine völlige Austarierung der Belastungen im familiären und privaten Bereich haben, zwischen Mann und Frau, und die haben wir nicht, haben wir bis heute nicht, und die hatten wir früher schon gar nicht, solange, glaube ich, ist die Quote nicht unbedingt die Lösung aller Probleme. Es mag ein Weg dahin sein, aber für mich ist eigentlich der wichtigste Weg immer, dass Frauen für viele Aufgaben befähigt werden. Das heißt Stichwort Bildung. Das ist für mich der Schlüsselbegriff. Nicht so sehr diese technischen Dinge, jetzt wahltechnischen Quotenfragen, sondern die Bildung von Menschen, jetzt hier in Sonderheit von Frauen, ist für mich der Schlüssel, um die gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Das ist für mich der Schlüsselbegriff.